Oh Gott, ich werde sie so vergessen, so vergessen. Was vergessen? Oh Gott, ich habe vergessen, wo sie ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die Truhe ist. Auch wenn sie noch auf dem Bildschirm ist. Und irgendwie glaube ich jetzt, dass die 10.000 Trailer kommt. Jipp! Ich lege wie ein Wolf im Stimmel hoch! Nein, der ist ausgewachsen, ganz zweifellos! Heilige Gerechtigkeit, ein Wolfmann! Jetzt schon, Glühschlabel, das Biss ist ein Mannwolf! Und Fug, der geweihte Almanach der unheiligen Kreaturen ist da ganz eindeutig. Dort steht, seid ihr noch zu retten? Was soll die Arschballerein? Wir suchen doch nur, unsere Panik abzulenken! Sprich nur für dich selbst, ein Panik ist in jeder Lage eine Beherrschung selbst. Da gibt es einen Platz über meinen Kamin, der sich schon auf seinen Kopf freut! Und hier! Oh ja, Baby. Kann ich denn mich klauen? Ich beklau den mal. Ich beklau ihn, wer... Ich bin echt hart drauf, ey. Ich beklau den Wehrwolf. Mannwolf, Wehrwolf. Den Typen halt. Ja, das haut rein. Ich schlag dir den Kopf auf, ey. Ich wünsche dir hier ein paar Silberkugeln dabei. Diebstahl. Komm, den muss doch irgendwas wertvoll. Ein Wolfszottel. Das klingt schon so unglaublich wertvoll. Analyse machen wir hier so. Wolfsmann. Stufe 3, 4040 Wucht, Wasser, Schwäche, Klinge, Feuer. Na, wie passend, dass ich hier Fackeln und Zuge und so Zeug hab, ne? Und... Graf doch lieber die Eule an. Ach, wie herrlich. Das geht runter wie nix. Äh. Ich hab mir die AP nicht gemerkt. Ach, scheiß drauf. Brauch nicht zu wissen. Ich bin mächtig. Da schau, die heulen Luft ein Wack herbei. Hey, 3 gegen 1 war abgemacht. Was soll ich so ein Ausflug von Spottlichkeit? Oh nein, nein. Da haben wir eben aber ganz schön sauer gemacht. Ja, das ist meine Spezialität. Äh, wenn der stirbt, muss ich den anderen auch töten, oder? Oh nein. Vor allem immer mein Heiler. Das ist doch nicht nett. Ich hätte es nicht auf die Eule gehen können. Stirbst du auch irgendwann mal? Also, irgendwann. Lass jetzt. Boah. Soll ich so schnell versorgen, dass ich ihn rufe? Na, ich muss den Wolf auch noch töten. War ja klar. Es wäre ja sonst zu einfach. Scheuer ruft einen Wack. Wie? Nein! Was soll das jetzt überhaupt mit schauerlichem Geheul? Na, das ist jetzt die Hexe. Die hat keinen Manner mehr. Aber rein theoretisch könnte man da richtig gut leveln, wenn man es nur lang genug durchhält. Wenn da wirklich immer wieder Gegner kommen, dann... ...wär es doch gar kein Ding. Ich muss da nur immer wieder Heiltränke einschmeißen. Deswegen level ich da jetzt erstmal drei Stunden. Ja, langsam wäre es schön, wenn du mal sterben würdest. Na, also. Oh, 1426. Kopf des Wolfs mal gefunden. Weltstück wagt. Weltstück wagt, ja. Was? Flinke Säfte gelernt. Fahr zum gezackten Scheußahl. Langsam klickst du mir ein Arm-Toder. Paladin. Den Biest haben wir es gezeigt. Lass die Sprüche. Erwählte. Du bist ja nur auf alles neidisch, dass mehr Arad hat als du. Deine Stichalein fang langsam an, ganz erheblich zu nerven. Gut. Hab vielen Dank. Der Wald ist immer ein unheimlicher geworden. Ohne euch werde ich bestimmt. Na, ich mag gar nicht dran denken. Ich muss weiter. Die Oma wartet schon auf ihren Schnaps. Ach, was soll's. Sie wird auch noch nach vier Flaschen das lustige Krödel-Lied singen können. Bitte nehmt es als Dank für euren Edelmut. Einen Brandweiner halten. Yeah. Eine Flasche Brandwein. Das soll der Lohn der Mühe sein. Verstehe dem nächsten Kind. Versohle dem nächsten Kind, das mit Schnaps durch wölfischen Wälder zieht, lieber dahinter. Das wäre ein gerechter Lohn. Er dreht in dem haarlosen alten Lied auch den letzten netten Zug aus, den er hat. Ha! Erwischt! Es ist ja doch ein Kompliment herausgerutscht. Und im Spiel lutscht für diese gute Tat noch einmal 250 EP raus. Wieso nimmt die Klau des Wolfsmann? Ha! Also noch ein Wolf... Also doch ein Wolfsmann. Ich wusste es. Ja, ja! Als auch so jung und unerfahren war wie du, hatte ich jetzt auch nötig, mich an die Dalles hochzuziehen. In der guten alten Zeit brachen ganz andere Ungetüme aus die Busch. Das war doch gar nichts! Äh. Schauen wir mal. Hm. Wolfische Stärke. Moment. Der hat noch nichts Besonderes. Dann kriege ich das mal reingestopft. Bevor ich jetzt einfach irgendwo weitergehe. Mühlenbrück. Ah! Ich glaube, ich weiß auch schon, wo die... Kann ich da längst? Morveh. Ähm. Da geht's... Zyklopenbergen. Hier ist doch entdeckt ein kleines Wildtier, das sich zwischen den Stämmen schmiegt. Er soll versuchen, es zu erlegen. Ach, die kennen sich raus. Schnell! Lauf weg! Okay, damit hätte ich rechnen müssen, ne? Krieg ich mal ein P dafür. Rassistisches Spiel. Die... Äh, was ist da noch? Erwachen... Nein, Moment. Bruch... Bruchenfels. Hä? Liebliche Aue lädt seine kleinen, ausgesprochene Hutsamrast ein. Okay. Schön, was man also findet. Das ist ein Baum. Baumüll. Feensee! Das klingt auch mal interessant. Es ist spannend. Aber wenigstens schöne Musik. Und sonst gar nichts. Noch nicht. Komm später wieder. Inversion 1.0 oder so. Oh. Oh. Lass mir nichts einen Teil der Haare. Ich habe alle meine Haare gut in dieser Ladung angelegt. Hohohoho. Jammer nicht. Geldsack. Sei froh, wenn ein Kugel ohne Schnitte davon kommt. Ein Überfall. Wir gehen. Wir gehen. Wir werden dazwischen gehen. Mit Feuer und Schwert. Hey da. Wegelager da. Mach nur davon. Und ihr bekommt es mit feuchtlosen Helden zu tun. Hä? Sind ihr nicht allein? Kommt noch mehr? Der klaut wie die Frechheit aus den Ohren. Freundchen. Äh. Und ich habe wieder mal die falschen Waffen angelegt. Egal. Der klaut erst mal. Ich beklau euch scheiß Diebe jetzt. Flinke Säfte? Nee. Nee. Aber überhaupt... Hört auf mich beklauen zu wollen. Das ist mein Ding. Und ich klau. Oh, ich klau gar nichts. Ich bin nicht in der Lage zu klauen. Ja, stirb. Ja, schlag daneben. Warum auch nicht? 20 Goldstücke. Yeah. Sollst du einfach mal bitte sterben? Nee, sterben. Du stinkst. Nein, nicht abhauen. Sollst du sterben. Yeah, 20 Goldstücke. Ich bin's. Ich hab's. Nein. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Nein. Jetzt kriege ich wieder keine Erfahrungspunkte. So ein Mist. Was weiß ich überhaupt, wenn ich da meine, äh... Macht das trotzdem noch Schaden oder... Naja. Also macht definitiv gar keinen Schaden. Also immer die Waffen wechseln. Naja, jetzt lohnt sich's nicht mehr. Der haut auch ab. Nein. Er stirbt. Haha. Ich bin ihm überlegen. Krieg ich jetzt doch was? Dieser Fertz... Äh... Lass uns sehen, wie hoch die Pallone ausfällt. Der gerechten Ordnung zum Sieg verholfen zu haben, sollte uns lohnen. Ja, ja. Lauf. Wir alle wissen, wie dein Satz weitergeht. Jamm, jamm. Ein Eichel für das Tier. Die Hälten haben 5 MP. Komm vor! Du Held! Die Räuber sind fort! Ich hab mich versteckt. So wie waren es gesichert. Der Kahn ist über und über mit Stoffen beladen. Kreuz geklöppeltes Lappengewehr findet sich ebenso wie schnurhaargefickte Sandlein. So eine Ladung ist in der Ebene heiß begehrt. Teilmals verdankt, dass euch gestickt hat, Fremde. Wer die Ladung verloren gegangen hätte, ist für mich das Aus bedeutend. Da will ich dich nicht länger davon abhalten, dich erkenntlich zu zeigen! Ich sehe die gute Teile, aber nicht laut genug. Da hör nur, selbst ein ehrloser Trödler, der nur mit seinen Kremereien im Kopf hat, weiß, was sich gehört. Gut gefeilscht, Herr. Na schön, hier ist eure Belohnung. Was? Nein, nein. So hatte ich das gar nicht. Geh her, Händler! Gibt auf die Welt eine Filzkappe. Ähm. Ist doch was! Der Baumstamm. Könnt ihr euch vielleicht helfen, die Straße freizuräumen? Ich will sehen, was sie machen lässt. Schieß, hau rum, ihr beiden! Hopp, hopp! Zu! Gleich! Nochmals vielen Dank! Das war doch gar nichts! Ich helfe keiner! Auch wenn ihr es auch so große Müden macht! Ich werde von einer guten Art zu künften wissen. Vorwärts! Ja, Leute! Ordentlichen Weg vor uns! Geil! Hey, noch mal ein Büschel! Kann ich noch... Oh, was so... Na, das war ja mal wieder was! Yeah, noch mehr Kohlen! Ein ehemaliger Bokadus säumt nun den Wegrand. Ist da noch mehr? Ist noch mehr, oder? Yeah, 25 Goldminsen! Ich bin reich! Und Alraunen! Alraunen! Oder sind das Karotten? Sieh' aus den Karotten! Rot drüben! Auch gut! Mir doch egal! Die Banditen muss ich später noch suchen, wenn es die in der Demo schon gibt! Aber ich glaube, das werde ich... Ja, das werde ich... Das nächste Mal machen! Für heute reicht's dann erst mal! Boah, ich hab's... Bin doch ein ganz schönes Stück vorwärts gekommen! Ich speichere mal! Und zwar überall! Und würde sagen, das war's... Für heute mit... Äh... Wolfgang Heim! Ja! Ich sag dann nur noch... Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Wieselsehen! Und so. Ja, tschüss! Ja, tschüss!